hallo und herzlich willkommen zu den niederlage neuesten ausgaben der filmkritiken hier beim telestammtisch wir beginnen mit einer besprechung zum film mc escher reise in die unendlichkeit da weiß ich gar nicht so genau was das ist ich glaube es handelt sich dabei um eine dokumentation genau das werden wir erfahren im doppel der beiden max also insbesondere max ott und max rauscher aus münchen die beiden hübschen waren der presseverführung haben den film für uns besprochen und genau diese besprechung bekommt ihr jetzt auf die ohren im anschluss gibt es eine interviewte besprechung zum film dunkel fast nacht das ist ein polnischer film den die liebe anna sich für uns gegeben hat wir haben den film insofern zusammen besprochen dass sie den film geschaut hat und ich habe ihr dazu ein paar fragen gestellt es war schon dunkel aber wir hatten trotzdem jede menge spaß dabei und dann gibt es noch an nummero drei der besprechung etwas zur dokumentation okay französisch la melodie du dämon die krankheit der dämonen heißt das wohl übersetzt und das eben eine dokumentation die haben sich eva und peter gegeben und hier für euch besprochen da könnt ihr total gespannt drauf sein ich denke dass das etwas ist was man sich echt mal angucken kann wenn man ja einfach so ein bisschen auch vielleicht aus der westlich verwöhnten medizinwelt kommt und einfach mal ein einblick bekommen möchte wie menschen sonst so auf der welt ticken ich wünsche euch viel spaß bei unseren drei filmkritiken insbesondere auf facebook twitter instagram und beim youtube upload würde ich mich freuen wenn ihr uns feedback hinterlasst das könnt ihr häufig in den kommentarfunktionen tun ihr könnt auch teilen und liken und hast du nicht gesehen macht es alles mal das wäre total knorke genauso wäre es auch knorke wenn ihr uns bewerten würdet also auf podcast.de auf apple podcast auf google auf fit auf facebook und sonst wo wäre das total nett denn das erhöht die reichweite des telestammtisch und sorgt letztlich dafür dass wir immer mehr zuhörer bekommen und das wäre total nett nun gut viel spaß und bis zum nächsten mal ciao ja herzlich willkommen zum telestammtisch ich habe die freude und ehre mich mit dem namensvetter aus münchen max rauscher über den film mc escher reise in die unendlichkeit ja zu unterhalten wir haben ihn beide gleichzeitig in münchen gesehen und der film kommt am 10 oktober in die kinos ist von robin lutz produziert gemacht das ist ein reiner dokumentarfilm matthias brandl spricht es glaube ich ein tatort kommissar wenn ich richtig polizeiruf glaube ich polizeiruf genau das genre ist eine biografie der film dauert nur eine stunde 20 also mir kam er deutlich länger vor und ja und wurde in den niederlanden produziert ja denn mc escher ist niederländer eifer bipsch lieber max was kannst du uns über den inhalt sagen gut der inhalt ist eine dokumentation über das leben und handeln des wie wird man heutzutage sagen grafikdesigners illustrators mc escher den wirklich wahrscheinlich oder viele werke werden euch bekannt sein wie beispielsweise die unendliche treppe oder die jetzt kein zweites ein das mit den schwänen die spiegelkugel mit der spiegelkugel genau ja gut und eigentlich handelt der film wirklich nur von seinem leben sprich von der geburt an bis hin zu seinem tod kriegt man wahrscheinlich nicht so wirklich mit aber es geht um sein familienleben um seine frau um seine kinder die auch in o tönen vom leben mit erzählen dann basiert die ganze geschichte auf ja tagebucheinträgen von mc escher selbst und ja dieser matthias brand polizeiruf kommissar liest mehr oder weniger als mc escher dann diese tagebucheinträge vor und führt damit chronologisch durch den film und durch die verschiedenen etappen seines lebens da geht es dann auch um so so sachen wie sein leben in italien während der faschismus da aufblühte dann sein leben in war da in holland oder belgien als die nazis kamen ich dachte frankreich ja oder frankreich das ist auf jeden fall ein sehr bewegtes leben also bewegt auch im sinne von er hat sich sehr viel bewegt in europa und dann geht es auch um sein verhältnis zur arbeit wie er seine arbeit immer wieder hinterfragt hat wie er seine arbeit immer wieder hinterfragt hat vor allem hinsichtlich der ansichten die ja die zuschauer beziehungsweise nicht die zuschauer wie nimmt man sie die konsumenten haben und ist ein sehr tiefgehender einblick auch streckenweise sehr humoristisch finde ich weil es auch ein sehr humoristischer mensch war ja selbst ironischer einer der keine selbst zweifel hatte aber sich immer wieder hinterfragt hat und sowas finde ich immer sehr sehr spannend und deswegen ja ein kurzweiliger dokumentarisch sehr interessanter film absolut es ging mir genauso wir können ja insoweit verraten dass wir nicht als filmkritiker geboren sind und vier jahre lang auf der filmkritikerschule unser filmkritiker diplom gemacht haben sondern oh wunder wir sind beide zeichner grafiker illustratoren und deswegen kann man ja auch sagen wir haben ja auch einen ziemlichen zugang zu seinen werken also mich haben die sehr geprägt auch in meinen jungen jahren und was er für eine technische qualität und brillanz und akribie hat und ja aber auch für ein potenzial sich selber weiterzuentwickeln ohne auf die anderen leute zu hören sondern einfach aus sich heraus ist natürlich schon echt super da zeuge zu sein ja ich habe mir da eigentlich auch hin und wieder mal die frage gestellt wie würde mir der film eigentlich gefallen wenn ich da keinen künstlerischen hintergrund war ich bin mir da ziemlich sicher dass man da auch als nicht künstler einen sehr guten zugang dazu findet weil es selbst sich nie als künstler bezeichnet hat ja sondern eher als mathematiker ja und ja das merkt man dann auch irgendwie also es ist irgendwie so ein so ein so ein schmaler grad zwischen dem film über den künstler und dem film über den ja ich würde fast sagen wissenschaftler es ist irgendwo dazwischen kunstwissenschaftler wissenschaftskünstler irgendwas in der art absolut ja zumindest ein forscher ein forscher ja ich habe mir das auch gedacht also können andere leute mit dem film vielleicht weniger anfangen wie ich ich würde einfach mal frech behaupten weil die bilder von escher die sind wirklich absolut weltbekannt also es hat jeder schon mal den ein oder anderen escher escher oder escher effekt gesehen den halt mc escher halt wirklich sozusagen bühnenreif gemacht hat für die weltbühne es wird ja auch in dem pressetext noch behauptet ja wow und da gibt es ja auch noch die sequenz aus inception wo eben auch die treppe von escher zitiert wird dann auch diese gesamte hippie generation einfach diese augen verwirrspiele diese perspektivischen verzerrungen und eigentlich jeder der irgendwie gerne fotos und bilder anschaut hey und instagram und facebook sagen uns ja das alles nur noch visuell quasi aufbereitet werden muss damit man es sieht ich glaube da kann jeder einfach sagen wow cool und es kann auch jeder sagen wow cool der hat es echt drauf der herr also wenn man irgendwie auf illustrationen oder poster art work ich meine in dem fall kann man fast sogar sagen wenn jemand muster von ikea tapeten gerne mag ja ja es passt sogar da drauf ganz gut denn was mir bei dem film super gefallen hat das war dass man eine richtung man hat wirklich eine entwicklung vom jungen escher zum späten escher mitbekommen und es wurde eigentlich zu jeder epoche immer von escher selbst erzählt wie seine herangehensweise war wo hat er seine inspiration herbekommen die hat er natürlich herbekommen aus seinen vielen reisen seinen wohnorten an denen er war seinen da gab es eindrücke die halt irgendwas damit zu tun hatten dass er ja froh war als die nazizeit vorbei war dass da wieder der quell seiner inspiration wieder zu sprudeln begann und so weiter und so fort das ist super interessant zu diesen 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 künstlerischen prozess der oder ja der in einem künstler selbst stattfindet den hat er super erzählt ja max genau mit den inspirationsquellen also zum beispiel dass er in alhambra war und die ganzen mosaike die marokkanischen mosaike in den fliesen gesehen hat dass es für ihn halt einfach so eine initialzündung war zu sagen ja dem widme ich mich jetzt bis auf weiteres also ich glaube er wusste auch gar nicht wie weit ihn das dann verfolgen wird und das natürlich absolut absolut spannend ich meine hat man da nicht irgendwie sogar damals dann auch mitbekommen dass seine frau irgendwie genervt hat war da also als initialzündung ganz gut ja nee also das genau also seine frau kommt ja jetzt so oft nicht vor es gibt wahnsinnig schöne fotos von ihr ähm oder auch zeichnungen er hat sie ja auch gezeichnet und so also das ist auch eine ganz schöne liebesgeschichte zwischen den beiden also unterm strich ich glaube die haben sich auch wirklich gut getan obwohl sie ja eben halt dann doch diese psychische ja wahrscheinlich ist eine posttraumatische belastungsstörung weil die kam ja auch irgendwie so eher aus dem äh osteuropäischen raum und hat da beim ersten weltkrieg auch noch äh ziemlich fiese dinge miterlebt glaube ich also ich glaube das war ja eh also das ist eh diese sache die mir an diesem dokumentarfilm super gut gefallen hat es ist dass man merkt die leute hatten ein tragisches und hartes leben zwei weltkriege mit durchgemacht hunger leiden müssen und so weiter und so fort aber ähm trotz aller widrigkeiten also ist der dokumentarfilm schlachtet das nicht aus um es irgendwie auf wie sagt man auf die tränen drüse zu drücken oder sonst irgendwie kitschig zu werden sondern er bleibt immer sachlich absolut ja also ich meine ähm der mc escher selber sagt ja auch relativ am anfang dass er jetzt nicht ja obwohl schon mit einem gewissen goldenen löffel äh aufgewachsen ist im mund weil sein vater war irgendwie wasserbauingenieur und das war eher eine wohlhabende familie in der er groß geworden ist ähm aber das hat ihn eben auch nicht zu irgendeinem snob oder zu irgendeinem also ich meine er hat schon geld im hintergrund gehabt um sich einfach dingen zu widmen wo er gar nicht wusste ob das die leute überhaupt interessiert sag ich jetzt mal ähm aber dass er eben halt sich dann seine frau aussucht und so weiter und eigentlich ein sehr simples leben führt oder auch sehr naturverbunden und so weiter ist ist schon es ist einfach schön diesen menschen näher kennen zu lernen absolut ich habe mir übrigens zu einem gewissen zeitpunkt und zwar war das bei dieser animation dieser komischen krabbeltierchen ja muss ich mir immer vorstellen mein gott wie schön wäre das wenn loriot diese geschichte erzählt hätte das stimmt ich glaube loriot wenn er den dokumentarfilm gemacht hätte der hätte auch den escher sehr gut beschreiben können ja stimmt absolut absolut ja weißt du was wenn demnächst irgendwie so eine dokumentation über loriot rauskommen sollte dann holen wir uns die auch die pressevorführung die holen wir uns auch genau wir werden jetzt äh experten für gute dokumentationen ja wunderbar ja hm dann ich weiß gar nicht ob ich noch irgendwas groß beitragen kann ja schauen wir mal also ne meine zettel sagen ich bin durch also wie gesagt ich muss noch mal betonen dass mir eben auch der die die grafische aufbereitung vom film sehr gut gefallen hat diesen after effects und cinema effekten ähm ich habe es super genossen den film tatsächlich im kino oder zumindest auf einer sehr großen leinwand zu sehen ähm weil auch die sequenz wo er eben halt auch so ein orgelkonzert äh in holland genießt und da den absoluten ja inneren weltreise flugtrip bekommt äh fand ich einfach ganz schöne große momente ich fand auch total schön in diesem film dass ähm streckenweise wirklich wenn er so beschreibt wie er da in der toskana äh spaziert und die städte sich anschaut dass man einfach sozusagen nach verfilmt nur seine füße sieht in aus der ich perspektive wie er halt irgendwelche pfade entlang geht also diese sozusagen nachträglich produzierten film schnipsel fand ich super angenehm also auch dass es keinen schauspieler gab der dann als mc escher geschminkt oder verkleidet irgendwo rumsteht sondern einfach nur ein paar füße ein paar hände oder so was der mc escher aus seinen eigenen augen vielleicht gesehen hat fand ich absolut angenehm und wirklich ähm ich fand ihn wirklich einen sehr schönen dokumentarfilm und vollkommen darauf verlassen dass der mensch und sein werk genug ist und eben halt auch die interviews mit seinen kindern die ich auch wahnsinnig wahnsinnig toll fand was auch ein großes glück ist denn der älteste sohn ist 93 und lebt noch und ist super fit hat auch den absoluten schönen niederländischen humor also ja super also ich staune wirklich ehrlich ich weiß nicht wie es dir ging dass der film nur eine stunde 20 gedauert hat also er hat super viel informationen irgendwie das stimmt ja und er war aber nicht kurzweilig er kam einem zwar irgendwie länger vor als 80 minuten war aber war kurzweilig also er war wie soll man sagen er kam einem zwar länger vor aber er hat mich nie gelangweilt ja und ich fand auch so die kleinen seitenhiebe so in den 60er 70er jahren wo dann mc escher mit seiner schreibmaschine alle briefe beantwortet die er so bekommt er bekommt viele an mc checker beispielsweise an mc checker sehr geehrter jacker ich habe keine lust ein cover für bitte nennen sie mich nicht mauritz genau nein superschön einfach so ein kleines wo du echt sagst wow oder auch die ganzen hippies wie die dann mit den absoluten neonfarben und schwarzlichtfarben also seine sachen ungefragt illegal gedruckt haben irgendwelche servietten oder hinten im abspann diese ganzen devotionalien ich meine wir beide kennen die ja aber also einfach nochmal kurz so ein überblick also mit also in was für seltsame souvenirs und geschenkartikel da plötzlich der mc escher dann so rein geflutscht ist er hat sogar bis hin zu schmink tutorials geschaffen ja ganz genau wahnsinn nee echt oh gott ja doch ich habe es super genossen absolut also ich werde mir den auf jeden fall nochmal anschauen wenn ich der kommt denn der hat mir gefallen punkt da kann ich gar nicht mehr dazu sagen ich habe mich unterhalten er hat mich diesem für mich ist es ein künstler näher gebracht und ja irgendwo zwischen ich gebe jetzt mal meine wertung ab irgendwo zwischen 4,5 und 5 weil es ist einfach eine tolle Dokumentation gewesen und man muss auch dazu sagen wir waren ja in der Pressevorführung und wir hatten auch Pressekollegen und die waren danach so viel ich es mitbekommen habe alle sehr begeistert ja absolut absolut ja um mit escher zu sprechen was ist nochmal pi 3,4 irgendwas 3,14 pi mal 1,2 geben das wären dann ungefähr so 4,6 periode irgendwas haben wir gleich was wieder unendliche kommazahl dahinter für die leute in den kommentaren die bitte eine annäherung reinschreiben ja genau ja an alle Mathematiker für euch hilft uns MC Escher zu verstehen ja wunderbar super dann ja Max war es das das war es fürs erste nächste Max-Cast kommt bestimmt unbedingt wir sind gespannt wunderbar ja dann schaut euch den Film an er wird euch bereichern ähm und wir hören uns bei anderer Gelegenheit wieder okay wunderbar also dann also ciao tschüss ciao Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Dunkel Fastnacht der jetzt am 10. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommt ab 16 Jahren freigegeben ist und eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 54 mitbringt dieser Film hat auch einen original polnischen Titel denn er ist ein polnischer Film und ich habe den überhaupt rein gar nicht gesehen aber dafür hat sich jemand anderes für uns in die ist in die Bresche gesprungen so rum sagt man hi Anna hallo guten Tag dich haben wir jetzt ja länger schon nicht gehört weil du scheinbar besseres zu tun hast denn bei euch gab es Familiennachwuchs oder ja wir haben mal einen kleinen Hundewelken gekriegt die Dori wie der Fisch kleiner Labradudel ist gerade 13 Wochen alt und rechter Rotzlöffel aber ganz lieb auch ein bisschen süß äh mega süß süßer geht gar nicht mehr was ja glaube ich nicht so süß war war der Film den du dir für uns gegeben hast Dunkel Fastnacht scheint eine ziemlich düstere Geschichte zu sein ähm du hattest ja die Möglichkeit dir vorab den Pressescreener anzuschauen und ich glaube der war mit englischem Untertitel oder so wie genau lief das denn ab äh der war mit deutschem Untertitel und Untertitel war recht schnell muss ich dazu sagen also es hat damit angefangen dass äh in der kleinen Stadt Walprizig eine Reihe von mysteriösen Kinderentführungen stattfinden und da taucht auch die Journalistin Alicia Tabor auf ich hoffe ich spreche die Namen jetzt alle richtig aus die nach Jahren von Abwesenheit wieder zurück nach Hause zu ihrer Familie kommt um ähm die Familien der vermissten Kinder zu treffen um das Geheimnis zu lösen worum es sich handelt sogar die Polizei ist total verwirrt und während der Ermittlungen ähm treten unerwartete Ereignisse auf ähm die auch vor Jahrzehnten begonnen haben und ähm sie die Ereignisse haben auch was mit ihr zu tun und sie ist jetzt auf der Suche nach der Wahrheit und es wird immer düsterer und schockierender und die Vorfälle auch in ihrer eigenen Kindheit auch mit Kriegsbefleckter Vergangenheit und auch eine Legende von einem verlorenen Schatz äh ist mit dabei aber es sind dann also es ist auch wird auch teilweise immer bizarrer und grausamer und leider muss ich sagen wird der Film ein bisschen zum Schluss kaputt geplottet mhm genau der eigentliche Trailer wirkt für mich ja vor allem ziemlich horrorlastig stimmt das ist das letztlich irgendwie auch meinetwegen Drama Crime Drama whatever mit starken Horror Elementen oder ist das gar nicht der Fall ja am Anfang schon ab und zu sie findet mal eine erhängte Katze im Baum und hat aber ganz kurz ähm eine kleine Vision mit einem ist ziemlich am Anfang deswegen sage ich es jetzt einfach mit einem etwas totenblauen Baby was aber doch gar kein Baby war da habe ich gedacht oh cool ein Horrorfilm aber es hat sich eher so Steve Larsen Verschnitt empuppt es ist mehr ein Krimi und hat nichts mit Horror zu tun also Psychothriller muss man dazu sagen und ähm auch diese ganzen Familien äh Geschichten die sich da auftun äh sind auch recht weit hergeholt also es ist ein bisschen Steve Larsen Versuch mhm okay das ist ja häufig so dass so Thriller richtig gut funktionieren wenn die eine dichte Atmosphäre haben wenn die vielleicht eine tolle Kameraführung haben also Cinematography wenn die gut funktioniert das heißt also wenn du ja einfach auch Charaktere hast die da wirklich glaubhaft sind und wo du dich als Zuschauer vielleicht auch in einem gewissen Rahmen mit identifizieren kannst war das hier der Fall? ähm die Schauspielerin die äh ich weiß jetzt gerade äh Magdalena Zielecker weiß ich ob ich das richtig ausgeworfen ähm ist äh eigentlich eine sehr sympathische äh Reporterin die kommt schon ganz gut rüber die Schauspieler kommen alle sehr gut rüber auch die Kameraführung ist sehr spannend mit viel ähm Platz ist ja ist ja jetzt so ein bisschen äh so ein neues Zielmittel dass zum Beispiel der eine Gesprächspartner rechts unten ist und man eigentlich die komplette Hauswand zeigt das macht einfach das Bild viel spannender ich weiß nicht ob du weißt was ich meine wenn du halt einfach einen kleinen Charakter hast der dargestellt wird mit viel Fläche im Hintergrund das macht halt einfach das Bild viel spannender das mach ich ganz gerne also vom Drehen her und von den Charakteren her find ich den schon sehr gut gemacht und der man hat auch ist auch mit der Story mitgekommen bloß leider ist das halt dann irgendwann mal äh ah da müssen wir jetzt das Element noch reinschmeißen oh dann tun wir das Element noch rein oh ja und dann zum Schluss hat es es ist alles noch irgendwie ähm aus irgendeiner kriegsbefleckten Vergangenheit und einer Liebe aus zwei Geschwistern und dann ist das eine irgendwie abgebrannt und dann hat das Kind von den zwei Geschwistern doch überlebt und dann ist irgendwo dann noch ein Kinderporno-Ring und das ist irgendwie zu viel gewesen die hätten wirklich die Hälfte von den ganzen Sachen ein bisschen weglassen sollen und sich auf eins konzentrieren und das war mir ein bisschen zu viel das scheint jetzt eher so als wären das Schwächen im Drehbuch für das übrigens Boris Lankosch zuständig ist der wiederum hat sich geschützt auf ein Buch von Joanna Barthor die wohl auch beim Drehbuch beteiligt gewesen ist und dieser Boris Lankosch war wiederum auch gleichzeitig Regisseur dieses Films ja genau eben dort scheinen diese Fehler zu stecken also eben im Drehbuch würdest du das so bestätigen können liegt es vielleicht eher an der Darstellung durch die Charaktere wie sieht es aus ich habe das Buch jetzt nicht gelesen aber das werde ich auf jeden Fall noch machen weil hoffentlich gibt es das als Hörbuch aber ich weiß es nicht wenn das Buch gut es ist ja ein internationaler Bestseller von Joanna Barthor wenn das gut ist dann glaube ich haben sie beim Drehbuch wirklich ein bisschen verkackt es ist wirklich ein bisschen zu viel geplottet okay und aufgedeckt ich habe den Film jetzt ja nicht gesehen und deswegen würde mich natürlich schon interessieren wie das aussieht ob es noch weitere Punkte gibt die du hier unbedingt besprechen möchtest was für ein Gefühl hatte ich vielleicht dabei sag ich mal ergriffen bei der Sichtung des Films warst du vielleicht sogar gelangweilt oder gelangweilt war ich nicht ich war zwischendrin extrem schockiert wie weiß ich kann ich Szenen so sagen oder lieber nicht na klar voll frei okay Obacht Spoiler Alarm also wie dann eine Horde Soldaten von der Roten Armee ich glaube das waren fünf oder sechs haben dann ein zehnjähriges Mädchen vergewaltigt man sieht die Vergewaltigungsstelle noch nicht aber auf jeden Fall der kleine Junge der dann sich um die die Journalistin die wird ja von ihm aufgezogen dann aber dann erzählt er hier halt einfach was er damals erlebt hat und der wurde dann auch von diesen roten Soldaten skalpiert und das waren halt beides höchstens zehn Jahre alte Kinder das fand ich schon eine ziemlich krasse Szene und also er ist nichts für schwarze schwarze nerven schwache nerven und FSK 16 ist da auch nicht angebracht finde ich nicht der ist der ist schon grenzwertig weil es sehr explizit wird oder weil es so in die Psyche geht es geht in die Psyche weil du siehst halt dieses kleine Mädchen das dann nach oben guckt und weint du siehst jetzt nicht so die Vergewaltigung Szene wie in Sommerferien oder wie der damals hieß aber es ist also es ist man sieht nicht viel aber man es spielt dann auch schon viel mit der Psyche und so ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ich habe an anderer Stelle gelesen er würde die quasi Vergewaltigung Minderjähriger auch dadurch ein Stück weit verharmlosen kannst du das nachvollziehen also er würde sie nicht annähernd so krass darstellen wie sie tatsächlich wohl wäre ich weiß nicht ob man irgendwie eine Vergewaltigung von Minderjährigen verharmlosen kann in keinster Weise sie haben ich meine wäre es noch härter gewesen dann hätte ich wahrscheinlich ausgeschalten weil das war nicht verharmlosen okay alles klar krass also ich habe jetzt mir auch gedacht da muss doch einer eingreifen von den Soldaten oder so es können doch keine solche Monster sein nee aber alle sechs das war das war mir schon echt ein bisschen zu viel okay übel scheint alles andere als ein gute Laune Film zu sein nein ist es nicht wie ist es ja aber auch die Stimmung so im ganzen Film er ist recht farblos er ist auch sehr trist gehalten es ist meistens schlechtes Wetter in dem Film also die Stimmung ist schon sehr gut was gab es denn so an Sachen wo du sagst okay das könnte einem halt richtig übel aufstoßen du hast jetzt schon eben diesen Plot angesprochen der wohl scheinbar vor ihnen halt nur so strotzt und das vielleicht auch ein bisschen viel ist für so einen Film von immerhin dann doch 2 Stunden Laufzeit was ist sie denn quasi besonders negativ aufgestoßen vielleicht auch in Form Darstellung gibt es vielleicht so Schauspieler die da irgendwie negativ hervorgestoßen sind oder gibt es da irgendwas Schauspieler sind jetzt nicht negativ hervorgestoßen wie gesagt der plottet sich ein bisschen kaputt und ja es gibt noch eine Szene die hätten sie vielleicht sein lassen können das ist aber so es gehört aber auch ein bisschen zum Film weil es auch sowas der Film soll ja nicht gefallen der soll eigentlich auch wirklich unangenehm sein und da säugt halt ähm eine ältere Dame ihren 30 jährigen Sohn an der Brust zum Schluss wo ich mir auch denke so oh ja schön genau also wie gesagt der ist zwei drei Plots weniger und er wäre wirklich gut gewesen alles klar ich denke wir haben jetzt schon viele Sachen vom Film angesprochen und ich bin dir auch sehr dankbar dass du dir den für uns angeschaut hast ich denke wir kommen jetzt ja auch mal zu einem Gesamtfazit wo ich dich bitten möchte wie immer die Punkte zu vergeben zwischen null und fünf Punkten wo null die absolute katastrophe und fünf das absolute meisterwerk ist und vielleicht kannst du ja doch in irgendeiner form auch eine zielgruppe herauskristallisieren also ich würde ihnen tatsächlich drei geben weil ich die Schauspieler schon recht gut fand und die Stimmung in ganzen Filmen wird sehr gut rübertransportiert Punktabzug gibt es halt einfach wegen dem ganzen rumgeplotte zeige ich es nochmal und ja deswegen hinkt er ja ein bisschen und manchmal finde ich es ein bisschen zu krass aber das ist eher Geschmackssache und so eine Zielgruppe ist so Leute die auch die Glassen gerne mögen diesen Dreiteiler oder grundsätzlich Krimis die ein bisschen Krimis und Psychothriller die ein bisschen düsterer sind und auch Leute die ein bisschen Geduld mitbringen weil an manchen Stellen lässt es sich dann schon ein bisschen Zeit er dauert ja zwei Stunden also es ist grundsätzlich kein schlechter Film kein Film wenn man gute Laune haben möchte und es ist halt einfach auch kein Film für 16-Jährige ja mega gut Anna vielen vielen Dank dass du dir für uns diesen Film gegeben hast dir will ich natürlich noch die Möglichkeit geben der Eigenwerbung was ist denn seit unserem letzten Telefonat passiert hast du noch mal die Gelegenheit gehabt selbst irgendwie einen Comic zu zeichnen irgendwas für Witchcraft heißt glaube ich das Projekt zu machen erzähl mal was gibt es noch Neues ja Witchcraft hängt gerade noch ein bisschen hinten dran ich bin gerade mit meinem Hund beschäftigt aber demnächst werde ich wieder loslegen und vielleicht ab morgen auch mal mit dem Inktober wieder mit einsteigen aber sonst man findet mich auf anna-spies.de da gibt es dann meinen Blog und meine Witchcraft Comics mega geil packen wir wie immer in die Shownotes sodass ihr das auf jeden Fall finden könnt Anna vielen vielen Dank und bis zum nächsten Mal ciao Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch hier sind heute Eva und der Peter hallo Peter hi Eva wir machen das heute zum ersten Mal miteinander und zum Glück hat es die Technik auch mitgespielt wir wollen heute mit euch einen Film besprechen beziehungsweise über einen Film sprechen eine Doku Produktionsland Deutschland über La Maladie du Dämon die Krankheit der Dämonen das ganze spielt in Westafrika in Burkina Faso und ja dauert 80 Minuten 82 Minuten die Regisseur Kamera und Schnitt also Regisseurin ist Lilith Kugler ja und der Film wird vereinzelt in Kinos laufen da muss man sich extra informieren in der Stadt und der Nähe in der Nähe wo der läuft also da wird nicht regulär im Kino starten genau soviel dazu erstmal die harten Fakten und ja Peter wie hat es dir gefallen oder magst du eine kurze Zusammenfassung worum es ja also genau also zunächst mal kurzer Schweif Richtung der Handlung und zwar wie du schon gesagt hast es spielt in Burkina Faso jetzt fernab von größeren Städten sondern eigentlich mehr oder weniger in der Einöde und teilweise auch in der Wüste in dem kleinen Ort Piela und dort hat sich der Pfarrer Guitanga also wo eigentlich das Hauptaugenmerk auf den vom Film auf ihn liegt der hat sich zur Aufgabe gemacht psychisch erkrankten Menschen dort zu helfen was jetzt zum Teil allerdings auch sehr schwer ist weil er zum weil er auch nicht den nötigen Zugang zu Medikamenten hat oder auch er hat nicht das richtige Fachwissen zu dem Thema aber er will den Menschen helfen also eigentlich so grob die Zusammenfassung von ihm und Hilfe kriegt er da unter anderem von so einem Pfleger der allerdings nur einmal im Monat an genau diese Stelle kommt also Piela ist so einen ganz kleinen Ort könnt ihr euch vorstellen so ein kleines Gesundheitszentrum wo man den Leuten da helfen will und dieser Pfleger der kommt da einmal im Monat hin also man kann sich schon so vorstellen wie die Menschen da leiden eigentlich genau also es geht um diesen ganzen Kampf gegen die Erkrankungen also psychische Erkrankungen und Epilepsie und auch so die Hintergründe wie in diesen Regionen mit ja also wirklich in den Dörfern mit dieser Krankheit oder den Krankheiten umgegangen wird und auch so alte Rituale das fand ich echt ganz interessant was da wirklich wo diese Einstellungen herkommen wie das auch mit Religiosität zusammenhängt und genau und für die Menschen dort ist ja auch wirklich so das Problem dass die enorme Distanzen zwischen der Bevölkerung haben und dieses kleine Örtchen ist ja auch mehr oder weniger abgeschnitten von jetzt der ganz großen Versorgung wie es wir jetzt vielleicht aus Europa kennen also bei uns ist ja so wir fahren in die nächste Stadt die es vielleicht sehen maximal 20 Kilometer weg und da ist ein Krankenhaus und das haben die jetzt halt nicht die haben da jetzt nur so ein Gesundheitszentrum wo da ein Pfarrer den Leuten versucht zu helfen also er vermittelt mehr oder weniger er darf ja zum Beispiel auch nicht die Medikamente verschreiben das muss ja alles über diesen Pfleger oder über diesen Arzt laufen und es ist ja eine sehr schwierige Aufgabe die er sich da gemacht hat es ist nicht so einfach wie jetzt bei uns zum Beispiel das ist auch gar nicht so anerkannt und was ich auch krass fand die Info also ich meine Burkino Faso hat 20 Millionen Einwohner und es gibt neun Psychiater also das ist einfach kaum vorstellbar unglaublich und ich meine man wird diesen Krankheiten dann nicht her und die Leute leben manchmal sie wurden eben da auch also da begleitet und besucht zum Teil 27 Jahre und länger mit ihren Erkrankungen einfach und kriegen keinerlei Medikamente also Schizophrenie oder Depressionen oder was auch immer also wirklich Krankheiten die wirklich dringend Medikamenten bedürfen oder auch eine gewisse Anerkennung durch die Gesellschaft und da ist halt einfach wirklich keinerlei Wissen oder irgendwie wie man mit den Leuten umgehen soll oder auch einfach die Möglichkeiten es gibt gar keine Räume also die werden dann zum Teil halt einfach und darum geht es irgendwo genau die werden dann angekettet also es gibt dann Leute das fand ich schon Jahrzehnte angekettet an einem Baum leben weil sie halt sonst weglaufen oder sich oder andere schädigen und ja es gibt halt einfach keine Krankenhäuser und kein kein Wissen darüber dann denkt man irgendwie es sind Dämonen oder es ist man muss denen die Krankheit ausprügeln damit die Seele so schwach ist dass der Dämon die Seele verlässt und den Körper loslässt und so Sachen und die Leute halt auch einfach sagen sie müssen beten und deswegen dürfen sie keine Medikamente nehmen weil man sich sonst Gott widersetzt und man muss Gott treu bleiben und darf das deswegen nur wegbeten und also wirklich so Zeug war echt krass dieses Vorstellungsbild von den Menschen da ist auch ein bisschen geprägt von ihrer langjährigen Tradition also diese Erkrankten das ist auch sehr schockierend für mich war das jetzt im Film zu sehen man sieht diese Erkrankten auch schon als ausgestoßen also wie du schon gesagt hast die werden irgendwo angekettet weil sie sonst wegrennen würden und ja da in dieser Natur das ist jetzt nicht so wie bei uns wenn wir mal in den Wald rennen oder so weil da hast du wenig Überlebenschancen und es gab auch ein, zwei Augenblicke wo sie dann Leute interviewt haben also dieser Pfarrer unter anderem der hat ja mehr oder weniger auch so die Interviews gefühlt mit den Erkrankten und da hat er zum Beispiel eine Patientin gehabt die irgendwie mitten in ihrem Alltagsleben einen Anfall bekommen hat und dann zum Beispiel ihr Kind in den Fluss geworfen hat und da habe ich mir auch schon gedacht also diese Menschen ja die brauchen ja dringend Hilfe und das ist halt auch so der Kern dass man denen eigentlich in dieser Einhüte fast gar nicht helfen kann also dieses beklemmende Gefühl was die Leute da haben also ist wirklich beängstigend das muss ich halt auch erstmal rumsprechen dass man da überhaupt helfen kann und dass das eben nicht ein böser Fluch ist sondern ja wie man einfach damit umgeht und dann muss auch jemand da sein der sich bereit erklärt die weiten Strecken dann zu reisen und zu diesem Gesundheitszentrum oder eben diesen Gebetszentren da gibt es zwei so Zentren eben dieser Arzt der sich da auch bereit erklärt und es aber einfach eben nur einmal im Monat dann schafft die jeweiligen Dörfer zu besuchen oder also diese Hilfe ist nicht so allgegenwärtig wie bei uns zum Beispiel viele können sich Medikamente einfach nicht leisten also es ist halt einfach das ist das nächste ja krasse Kosten also diese ganzen Facetten und es ist Wahrheit finde ich sehr nachvollziehbar warum die Menschen dort so handeln wie sie handeln und ja es ist auch von der Tradition so in noch ihren Köpfen drin und das muss man auch sagen also die haben halt eine komplett andere Sichtweise aufs Leben also wie schon gesagt die Erkrankten sind für die halt ein Übel und die werden auch öffentlich ausgestoßen und diskreditiert und es gab da auch schon irgendwelche ich sag's ja mal Rituale kann man das sagen die schon ich will das nicht unbedingt so nennen schon ein bisschen menschenverachtend sind also die sagen man muss zum einen auf den Erkrankten einprügeln dann muss der irgendwelche komischen Zaubertränke oder so nehmen oder irgendwas was die da zusammenmischen nur damit er dann erbricht und dann denken die Leute dann auch noch der soll viel beten damit alle bösen Geister aus dem verschwinden und das ist eigentlich für uns gar nicht nachvollziehbar heutzutage also dieser schon leichter Fanatismus da von den Leuten ich fand's schon nachvollziehbar weil es halt einfach das ist was man eben macht wenn man keine Infos hat und einfach keine Möglichkeiten hat und dann fängt man eben an mit Naturmedizin und irgendwelchen Kräutern und Giften und Glauben das ist natürlich immer die letzte Hoffnung dann einfach dieses ja was macht man in einer Region wo es null Informationen über Sachen gibt und einfach die Strukturen überhaupt nicht vorhanden sind irgendwie ja also da fand ich es dann fast schon wieder überraschend wie schnell die Menschen wenn es ihnen dann besser geht und wenn sie dann vielleicht medizinische Hilfe bekommen dann auch wieder eingegliedert werden also die wurden ja dann schon auch wieder akzeptiert also es war dann wirklich nur in dem Zustand wo sie halt quasi seltsames Zeug reden oder eben Fluchen oder was man sieht man sieht auch sehr viele Personen mal zwischendurch wenn jetzt mal kein Interview geführt wird sieht man zum Beispiel einen der jetzt sag ich mal mit sich selbst dreht der diese paranoide Schizophrenie hat wo man dann sieht der ist an den Baum angekettet und der will dann auf den los gehen weil er denkt irgendwas will der von ihm und also das ist auch schon wirklich krass also wenn man so die Bilder von den Erkrankten sieht das prägt sich schon sehr schnell ein und da denke ich da hat der Film auch relativ das gut eingefangen also der konnte diese Eindrücke wo man da vor Ort sammeln kann relativ gut zu Bild bringen ja also einfach wirklich ich fand es sehr greifend und sehr also sehr informativ und sehr wichtig einfach das echt zu sehen wie Auswirkungen wenn es null Infrastruktur gibt und einfach das Geld hin und vorne fehlt für so die Medizin und da kommt natürlich niemand und sagt dann ja schenke ich euch das also geht halt auch bei den Ärzten vor Ort geht es nicht weil die halt auch schauen müssen wo sie bleiben sonst gar nicht mehr helfen können und dann halt auch aufs Geld schauen müssen ja also zum einen das und dann auch wirklich die Figur von diesem Guitanga also diesem Pfarrer wo sich das zu Herzen nimmt und auch wirklich man sieht es auch in einigen Einschränkungen betroffen ist der muss auch an einer Stelle mal kurz die Aufnahme abbrechen das haben sie dann auch kurz gezeigt weil einer von den Erkrankten mit seinem Fahrrad zum Beispiel abgehaut ist und der ist dann teilweise auch schon so bekannt dass er zum Beispiel zu irgendeinem Erkrankten fernab von diesem Piela ich glaube 40 Kilometer außerhalb davon hat er einen gesehen und der hat von dem seinen ich sage jetzt mal Heldentaten gehört wie er den Leuten weiterhielt vermittelt er sagt aber auch im gleichen Zug dass er kein genaues Trugschluss oder kein genaues Schluss aus der Krankheit ziehen kann und dann ein Medikament für ihn verspricht oder verschreibt das sagt er immer noch das ist es die Aufgabe von dem Arzt der da ausgebildet ist und das finde ich auch das ist eine relativ gute Einstellung weil wie soll er als jetzt ein Pfarrer der jetzt nicht die Kenntnisse von der Medizin hat den Betroffenen sagen du musst das und das Medikament nehmen das finde ich schon das ist eine richtig gute Einstellung von dem er kämpft halt einfach gegen dieses Unwissen und dafür dass man vielleicht weiß wie man mit den Erkrankten umgeht und überhaupt das Wissen zu verbreiten es ist eine Krankheit es gibt eben psychische Krankheiten auch ja dieser ganze Umgang der ist schon sehr bewegend und inspirierend die Information verbreitet sich ja auch also es kommen auch immer mehr Leute er macht das eben schon seit Jahren früher sind halt dann manchmal im Monat dann nur ein paar Leute fünf sechs Leute oder so gekommen und jetzt werden es schon echt immer mehr und er schafft sich allein und sucht sich Hilfe also dieses ganze Szenario und dieses ganze drum rum Ja das kriegen wir hier nicht so mit das ist ja wenn bei uns was passiert dann sehen wir es gleich im Fernsehen dann kommt es in den Nachrichten was in Afrika also in Westafrika in solchen Dörfern passiert das kriegen wir alles nicht mit es sei denn es wird in so einer Doku mal verfilmt ja aber sonst muss man ja das so sehen wir haben da eigentlich gar ja also wir kriegen da nichts davon mit eigentlich und was ich auch Wahnsinn fand wie stuisch oder wie das dann oft einfach dieses Leid ertragen oder einfach so dieses das ertragen wurde bei den gezeigten Menschen da also dass die zum Teil sich wirklich selbst aufgegeben hatten oder wirklich nur noch rumsaßen und ja ich meine wenn man jeden Tag zwei bis drei epileptische Anfälle hat oder seit Jahrzehnten mit einer Schizophrenie lebt bleibt halt nicht so viel übrig von der Person das ist echt genau ja also das das absolut bewegungsste Bild war ja von ich weiß es da den Namen von dieser jungen Frau nicht die seit ihrer Kindheit schon in so einer ganz kleinen Hütte angekettet lebt weil sie sonst irgendwo abhauen würde und die hat das tatsächlich so schwer mitgenommen dass sie zum einen nicht mehr laufen kann die muss gefüttert werden und sie hat die Fähigkeit zu sprechen auch noch verloren und das hat auch noch der Pfarrer gesagt das ist so ein ergreifendes Gefühl also er hat ihr dann auch noch was vorgesungen von Gott und Jesus und allem hat dann im Interview darauf gesagt er muss sich schon zurückhalten nicht zu weinen weil er sieht es auch als seine Aufgabe für die Menschen dann auch stark zu sein klar er macht das auch mit voller Hingabe ja sollen wir zum Fazit kommen ja gerne können wir machen ich habe sonst nichts großartig mehr eigentlich eigentlich fast alles gesagt lasse ich dir den Vortritt genau als kurzes Fazit kann ich zu dem Film sagen also es ein sehr inspirierendes und bewegendes Werk eine Doku wo ich sage so ein Thema kann man sich öfters mal angucken auf jeden Fall es ist interessant es kommt nicht so häufig vor und es wird mit den Bildern die uns da präsentiert wurden richtig gut dargestellt und es soll uns zum einen wie gesagt bewegen es soll uns vielleicht auch ein bisschen abschrecken und vielleicht auch noch so ein bisschen unsere Sichtweise auf die Welt abseits von Europa und sage ich mal Amerika ändern weil man muss auch so sehen wie oft sind wir zum Beispiel im Krankenhaus total verwöhnt eigentlich im Gegensatz zu den Menschen wir haben alles und die haben halt so gut wie gar nichts und mir fällt es zum Beispiel auch immer schwer bei Dokus überhaupt irgendwie Punkte zu verteilen aber ich würde dem ganzen zum Beispiel vier von fünf Punkten geben weil es einfach ein richtig starkes Werk ist und auch ich habe großen Respekt für die Person also für die Hauptfigur von diesem Guitanga aber auch für diesen Pfleger wo sich da auch reingesteigert hat den Leuten zu helfen und ja also voll und ganz zufrieden eigentlich mit dieser Doku ja ich fand es auch sehr informativ und mit einfachen Mitteln wirklich viel dargestellt und Menschen viele Gespräche ohne jetzt irgendwie noch eine Kommentare oder so sondern es war wirklich genau einfach das was die Interviews eben gezeigt haben genau also ich würde ihm 4,5 von fünf Punkten geben und würde euch auf jeden Fall wenn euch das Thema irgendwie interessiert raten euch zu informieren ob der Film vielleicht bei euch in der Stadt läuft also bis Dezember gibt es Termine in allen möglichen Städten deutschlandweit genau da muss man einfach auf diese Seite gucken vielleicht können wir die auch noch verlinken oder so genau also wie gesagt gibt nicht viele Spielzeiten aber man kann diese Doku wirklich nur zu Herzen legen also es ist anders als andere Dokus sehr informativ zum einen und auch sehr mit Gefühlen einhergehen also es hat wirklich sag ich mal fast alle Gefühle in mir hervorgerufen und das schafft nicht jede Doku aber man kann auch bei den jeweiligen Kinos in der Stadt anfragen ob die den Film vielleicht noch nehmen oder ob die den Event zum Beispiel die Möglichkeit gibt es auch wurde auf der Seite darauf hingewiesen ja dann würde ich mich schon verabschieden und danke dir ich verabschiede mich auch gerne immer wieder gerne können wir öfter machen und ja schaut vorbei und schönen Tag tschüss ja tschau Leute bis dann abone 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 Vielen Dank.